Genossinnen und Genossen Es ist nicht mehr zeitgemäß, so wird es nicht formuliert gehen, Genossen Da müssen wir noch diskutieren Ich finde das übrigens blöd, warum nötig eckig ist, haben wir nur noch Nur, die Lage ist ernst, die DDR hat 20 Milliarden Dollar Auslandsschulden Wir brauchen doch Genossinnen und Genossen, deshalb habe ich einen 3-Punkte-Plan zur Sanierung der Wirtschaft verabschiedet Punkt 1, wir verfreien General Jäger aus dem Gefängnis in Miami Stasi 4, Stasi 2, wir verkaufen die Mauer an Panama Mit Dörfer bekommen wir einen Kandel Punkt 3, wir warten ganz in Ruhe auf den Einmarsch der Amerikaner Und das ist, was ist das? Wim? Pass mal auf, eben was ist das? Wim? Wim? Äh, Vogel? Genau Das war ja leicht, aber was ist das? Ich weiß eins, brav! Also, dass ich da nicht draufgekommen bin. Aber was ist das hier? Guckt mal alle her. Aha! Das ist Chili! Richtig, das ist das Chili. Ich hab auch einen, ich hab auch einen. Jetzt geht das nicht. Mist! Ja, na, sorry! Toll! Mein Gott, kann vielleicht endlich mal jemand die Silvester-Dekoration wegräumen? In der alltäglichen politischen Arbeit kommt es schon einmal vor, dass man recht viel gut wird. Und das macht gar nichts. Die Rühren sind völlig grundgefäßig. Man kann ruhig zusammen an einem Tisch sitzen, aus einem Glas trinken und auf einem Teller essen. Rett bedeutet nicht das Ende von Liebe. Man muss nur sich selbst und andere bei der Liebe schützen. Es kommt nicht darauf an, ob man ein bisschen rechtsradikal ist. Es kommt darauf an, dass man gut zusammenarbeitet.